Okay, da ist wer, die sieht nicht wie ein Sklave aus, Idronea Sardrin eingekämpft. Die schießt ja auch, der Letzte hat getroffen, nachdem sie bereits gestorben war. Der Idronea Sardrin, ähm, Sonder des Lehrlings, drei Draken und Dietrich des Gesellen. Ah, und ein Eisenpfeil. Da oben ist was. Hier haben wir noch Pilze. Die leuchten immer so schön blau. Kiste, ähm, Amulette Erholung. Ach nein. Brauchen wir nicht. Aber den Draken nehmen wir. Den auch. Amulette des festen Wassers. Ach nein. Auf jeden Fall brauchen wir nicht. Komme ich denn nur von hier hoch? Na gut, alte Truhe. Kaiserlicher Stahlhelm. Stahl am Brust. 20 bis 20. Aber ich glaube, da haben wir schon eine bessere. Deswegen nehme ich die nicht mit. Ah, und da vorne ist wieder einer. Vielleicht der Letzte. Könnte, nein, ist bestimmt nicht der Letzte. Savur Sardrin. Okay, irgendwer hat uns gesehen. Das ist ein Höllenhund. Der hat uns, glaube ich, gesehen. Aber der kommt ja nicht weiter. Einfacher Schlüssel. Och, Bolzen. Cool. Eisenpfeile. Stahl am Brust. Naja. Hihi, wen haben wir denn da? Ach, Mist. Ich komme dann so nicht weiter. Aber so müsste es gehen. Ja. Sehr schön. Wir machen mal ins Wasser. Dachte ich mir doch, dass hier etwas ist. Gleich mal wieder unter Wasseratmung. Dann wird es noch mal weitergehen. Ein Droik. Und hier will ich die Seele. Dankeschön. So. Ein bisschen unversehen. Da geht es noch mal weiter. Das ist ein Skelett mit Knoppenmehl. Wasseratmung. Da kommt ein bisschen was. Die könnten wir eigentlich beim... Die könnten wir dann nehmen. Das bei unserer leer ist. Wir haben uns einfach nicht gesehen. Oh, ganz gelbe Augen haben die. Jetzt. Einen Schritt zurück und es funktioniert. So. 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 Also ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Aber es geht hier offenbar nicht direkt raus. Aber es kann sein, dass wir da später noch hinkommen. Ansonsten kommen wir hierhin zurück. Wie sieht es hier aus? Ah, das wird so zum Wasser... Äh, zum Luft holen. Zack. So, ich möchte mich hier noch ein bisschen umsehen kurz. Ah. Was haben wir denn hier? Ähm, das sind Knochen. Große Muscheln mit einer Perle. Und nichts. Perle. Und jetzt... Ah. Ah. Weg der Perle. Diamanterz. Ein Diamanterz. Da sind sieben Diamanten drin. Geil. Hammer. Aber jetzt wiege ich zu viel. Naja. Man muss halt der Dohlenfederring. Das wir benutzen. Diamanterz. Das erste Diamanterz, das wir je gefunden haben. Vermundlich, dass die Leute leichten sind. Okay, dann würde es hier nur noch wieder raus gehen. Also zurück. Also zurück. So, nein. Mist. Hier ist ja gar nichts. Na gut, dann geht zurück. Hier sieht es auch so aus, als wäre nichts. Dann gehen wir raus und machen hier weiter. Falle und Schloss. Haben wir gleich. Erstmal die Falle. Erstmal die Falle. Und dann das Schloss. Und auch unseren pestkrankten Höllenhund. Da ist noch jemand. Oh, da ist auch etwas. Schloss 35. Ah, ich glaube, jetzt kommen wir dorthin, wo wir jetzt runter können. Genau. Da hätten wir jetzt hier runter können. Super. So, wie sieht es jetzt bei dir da vorne aus? Bist du feindlich? Ja oder nein? Befehl, Beneth. Feindlich. Na gut. Weiter zurück geht es fürs erste nicht. Headshot. Ich kämpfe doch. Es geht leider immer noch nicht. So, sechs Draken, zwei Eisenpfeile und das war's. Westspalte. West. 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 Eine erkrankte Klippenläufer. Hm. Gerne würde wohl abgeschossen werden. So, und wo genau sind wir da jetzt? Das ist... Da links ist Asarnut. Ah, okay. Cool. Ah. Vielleicht ist hier irgendwas Tolles. Nein, sieht nicht so aus. Und so richtig zurückkommt man auch nicht. Oder? Nein. Gehen wir wieder über die Hülle zurück. Nehmen wir wieder unsere Blaslaterne. Könnte sein, dass der Hülle jetzt wieder da ist. Tatsache. Tatsache. Zwei Hundefleisch, zwei Eisenpfeile. Beseitigen. Gut, raus hier. Oh, die ganzen Sklaven sind weg. Sehr schön. Falle. Damit die Gefangenen wohl nicht rauskommen. Also die Sklaven. Na ja. Also zumindest ich habe damit jetzt nicht gerechnet, da ich da ja auch reingekommen bin. Oh. Du willst es so, du willst es so. Neuverfedern, Eisenpfeil. Und da kommen wir dann auch zur Darius-Festung. Sehr schön. Da ist es bestimmt auch sehr schön. Ah, und die haben wir, glaube ich, schon. Genau. Phalas Arinkoft. Und da ist Gnysis, unterirdischer Fluss. Da waren wir auch schon. He he. Ich glaube, weil wir die Eiermini durchgemacht haben. So. Gnysis. Wir sind jetzt offiziell in Gnysis angelangt. Das heißt, wir haben nichts mehr kunden, jetzt nur noch Gnysis. Nach Gnysis die kaiserliche Legion machen, wo wir schon überall entdeckt haben. Und danach die Hauptquests weiter. Aber jetzt geht es erst mal nach Hause. Und nach Gnysis können wir auch den Schlittschreiter nehmen. Also werde ich Rückkehr wieder zu Hause setzen. Ich muss sowieso jetzt erst mal über den Schlittschreiter nach Hause. Ganz, ganz schnell. So, geschafft. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Das ist schön. Wasseratmung. Muss doch geskillt werden. Wird eigentlich mal wieder Zeit für eine Punkt Veränderung, finde ich. Wir bieten euch eine besondere Reise an. Zu einem niedrigen Preis. Und dann der Dohlen-Federring. Ich benötige eigentlich gerade gar nichts. Ich bin zu Hause. So, und jetzt können wir das ganze Zeug wieder ablegen. Acht Diamanten. Also das ist echt geil. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich eine Diamantada gibt. Hier im Morrovin. Vielleicht ist das sogar die einzige. Das wäre cool. Dann haben wir tatsächlich die einzige Diamantada im Spiel gefunden. Das wäre wirklich sehr toll. So. Dann Licht muss noch weg. Da haben wir hier eine Reiselaterne. Und wir nehmen noch eine Glaslaterne weg. Dann haben wir offenbar ein paar Seelen gesammelt. Und der ist noch. Schlüssel haben wir. Einfacher Schlüssel und Asarnu-Sklaven-Schlüssel. Sonne des Lehrlings haben wir. Eine zu viel. So. 30 weg. Dann hätten wir noch Dietrich des Gesellen. Boah, wir haben so viele Dietriche des Gesellen. Und ein Dietrich des Meisters. Das haben wir mittlerweile auch sehr viele. Und sogar schon acht Dietriche des Großmeisters. Krass. Jetzt sehe ich jetzt gerade, wir haben drei Kerzenstelle. Das heißt, die andere äh Ich grüße dich. Willkommen. Magie. Ähm. Magie sollte passen. Verleidung passt. Waffen. Die Orgbolzen müssen weg. Und ein bisschen Eisenpfeile bräuchten wir wieder. Die Orgbolzen, die könnten wir da hin tun. Und dann brauchen wir Eisenpfeile. Mal sehen. Hier haben wir 219. Da kommen 178 weg. Perfekt. So. Und dann Hähre ich hier auf. Beim nächsten Mal, wie gesagt, wir haben jetzt Wir haben jetzt hier alles erkundet. Hier, wir haben alles erkundet. Die Insel mache ich nicht extra. Aber wir haben hier echt alles geschafft. Und Wir machen jetzt nur noch Gnysel fertig. Machen dann noch die Darius-Festung. Also die kaiserliche Legion im Allgemeinen. Da kommen wir auch noch bei Mora, nach Pelagiot, nach Aldron und so weiter. Wo es ja überall gibt, denn eben jetzt auch. Und keine Ahnung, wo sonst noch. Werde ich dann noch durchsehen. Und dann, wenn wir das haben, dann geht es mit der Hauptkiste weiter. Hier in dem Ushilaku-Lager. Da bin ich immer gespannt. Ich meine, die hatte jetzt sehr viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Wirklich sehr viel Zeit. Da hat es auch immer zu ja gebeten. Wir sollen jetzt zum Nachdenken geben. Und das ist wirklich sehr viel Zeit. Also das muss definitiv gereicht haben. Boah, und dann, wenn wir wieder ein bisschen Pause machen. Und das nächste Mal auf Christen machen. Dann gehen wir... Boah, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dann würde ich von Balmora aus nach Suran gehen. Das würde ich, glaube ich, machen wollen. Oh, wir haben hier noch so viel zu entdecken. Aber wir haben auch schon so viel entdeckt. Ich meine, das hier ist alles fertig jetzt. Das ist alles fertig. Und wenn wir hier so rasend sind, haben wir hier auch alles fertig. Hier in diesem Bereich. Was denn da? Altsota. Das kenne ich gar nicht. Altsota. Ich glaube, die haben wir gemacht. Hier irgendwo war ich, glaube ich, in der Bibelmarie. Ja, genau, stimmt. Ja, nee, nach Suran gehen wir halt. Und dann würde ich... Ich weiß nicht. Ich glaube, dann würde ich hier weiter machen. Also das haben wir schon... Also hier in True Left Things kennen wir schon. Comeback kennen wir schon. Taylor Zero glaube ich nicht. Also würde ich dann hier das da erkunden. Dann hier diese Insel würde ich tatsächlich... Also zumindest die großen machen wollen. Dann geht es hier weiter. Zain Terraris. Weiß ich nicht, ob wir waren. Wir haben zumindest hier schon mal ein bisschen umgesehen. Ich glaube, wir haben hier auch alles gemacht. Also wirklich alles erkundet. Auch hier alle Höhlen und so gemacht, die wir gefunden haben. Dann würde ich aber nach Molagmar gehen. Und dann, weil es halt so einfach ist, nach Telpradora hier runter. Dann hier so ein bisschen. Dann eventuell, ich weiß es noch nicht, vielleicht hier das so ein bisschen erkunden. Bis wir das hier so alles haben. Und ich weiß nicht, ob ich dann erst hier weitermache oder ob ich dann von hier so drüber weitermache. Ich glaube, ich würde dann tatsächlich von links und rechts weitermachen. Bis wir dann hier so ungefähr sind. Und dann würde ich hier alles machen. Und dann hätten wir nur noch diesen Teil hier. Und danach machen wir die Insel hier. Die wir eigentlich eh schon zum Teil, den großen Teil gemacht haben. Was ist eigentlich da? Alt der draus. Ah, interessant. Und wenn wir das haben, da gibt es ja auch noch eine Insel. Ich weiß nicht, wofür das ist, aber die machen wir auch noch irgendwann. Und wenn wir das haben, dann machten wir zwischen den Hauptquests bis dahin, wenn wir die haben, bis dahin haben wir die Hauptquests garantiert schon durch. Aber auf jeden Fall, falls nicht, machen wir dann einfach die Quests durch, die wir hier noch haben. Die wir dann hier noch haben. Jedes Mal eine Quest, Hauptquests, Quest, Hauptquests. Und dann, keine Ahnung, dann weiß ich noch nicht. Aber ich wollte erst mal Schluss. Bis morgen. Ciao.